Musik Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, meine Damen und Herren. Ottos Sohnzimmer ist wieder in der Balm-Sindlung, 100 Jahre Bauhausjubiläum und wir sind umgezogen, aber wir haben wieder interessante Gäste und ich freue mich sehr, dass die neue Stadtschreiberin Nelle Heise heute bei uns Gast ist und Michael Zeuner, er ist Geschäftsführer des Landesverbandes für Schach in Sachsen-Anhalt. Ist das richtig? Korrekt. Ja, Sie sind aber zusätzlich noch Geschäftsführer für einen Verein, was in Bukau ist, für die heißen Schachzwerge. Genau, also ich bin auch Geschäftsführer der Schachzwerge Magdeburg, das ist der zweitgrößte Schachverein in ganz Deutschland, mit Abstand der größte Verein mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben zurzeit über 700, die bei uns Schach lernen und da sich sozusagen selber bilden wollen, denen bringen wir es bei, kindgerecht und das ist der Zweck des Vereins. Wie viele Leute spielen Schach überhaupt? Also als ich selber Kind war, war es selbstverständlich, dass alle Schach gespielt haben, also in meinem Freundeskreis, aber heute ist es schwierig, mit jemandem Schach zu spielen. Also muss man richtig lange suchen, also ich mindestens. Ich glaube, so schwierig ist es nicht. Also es gibt ja verschiedene Zahlen, die man jetzt ranziehen kann. Also in Sachsen-Anhalt haben wir circa 2800 Schachspieler. Das sind aber eigentlich nur die Leute, die wettkampfmäßig Schach spielen. In Magdeburg sind wir quasi bei 1000 Schachspielern, allein halt durch die Schachzwerge. Weil die haben halt natürlich eine große Anzahl von Mitgliedern. In Deutschland sind es ungefähr 90.000 Menschen, die registrierte Schachspieler sind. Also in einem Verein spielen. In einem Verein aktiv spielen. Also nicht freizeitmäßig. Nebenbei gibt es viele, die im Internet spielen. Also das ist sozusagen ganz weit verbreitet. Da gibt es verschiedene Plattformen, wo sich selbst die Großmeister messen mit jedermann. Und man sagt so, dass jeder fünfte bis sechste Mensch dieser Welt Schach kann. Aber das kann man natürlich schlecht verifizieren. Das geht dann natürlich, wann kann man Schach? Manch einer sagt dann, wenn ich die regeln kann. Ein anderer sagt, ich kann Schach, wenn ich auch noch ein, zwei Tricks kenne. Und so weiter. Aber wir sind in Deutschland halt noch auf einem Weg dahin, dass mehr Leute Schach spielen können. Es gibt halt einige Länder, wo Schach richtig schulfach ist. Also Armenien, Türkei zum Beispiel. Da ist es halt weit verbreiteter. Und wird eben auch direkt gelehrt in der Schule. In Deutschland nicht. Es gibt ein Dorf in Sachsen-Anhalt, wo nah bei Halberstadt ist. Und dort wird Schach zelebriert wie nicht woanders in der Welt, habe ich den Eindruck. Also es gibt einen Schachplatz. Es gibt die Leute, die Einwohner spielen als Schachfiguren. Die sind verkleidet und die spielen dort auf einem Riesenfeld. Und wieso gibt es das woanders nicht? Wieso gibt es da nur... Ja gut. Also in Ströbeck, so heißt das Dorf. Ganz genau. Das ist richtig Schachdorf. Ströbeck steht auch im Ortseingangsschild. Mittlerweile ist es ein Ortsteil von Halberstadt geworden. Ja, aber es ist auch eingetragen. Also das ist auch so geschützt, das Schachdorf. Es gibt verschiedene Kulturdörfer in Europa. Das Schachdorf Ströbeck ist ein Kulturdorf davon. Da sind auch organisiert untereinander, jetzt nicht nur für Schach, sondern für kulturelle Dinge. In Ströbeck hat das historische Gründe. Es wurde quasi ein Graf einmal gefangen, der den Ströbeckern das Schachspiel nahegebracht hat. Der war eingesperrt und hat allen das Schach beigebracht. Und seitdem ist das dort eben der Dorfsport. Das ist schon ein Thema für Sie, Frau Kreise. Also woanders gibt es quasi den Schützenkönig. In Ströbeck hängt man sich ein Schachbrett an die Tür, wenn man einmal der Dorfmeister geworden ist. Dort ist Schach auch Schulfach, auch richtig offiziell mit Noten und allem drum und dran. Leider gibt es die Sekundarschule dort nicht mehr. Da war es eben auch Schulfach. Jetzt ist es nur noch eine Grundschule. Schulfach. Es gibt aber in Deutschland auch noch andere Schulen, wo Schach Schulfach wird. Also wo sozusagen Initiativen durch die Schulen eingeleitet wurden, dass man eben Schach mehr in den Fokus setzen möchte. Es gibt so eine Studie in Trier, wurde die gemacht für vier Jahre lang. Jedes Kind hat eine Stunde weniger Matheunterricht gehabt. Dafür eine Stunde Schach. Und am Ende gab es diese ganzen Vergleichsstudien, VERA-Test, PISA-Test. Und dabei kam heraus, dass die Schachschule im Landesvergleich zweieinhalb Mal so gut in Deutsch war und zweimal so gut in Mathe, obwohl ihnen ja eine Stunde Mathe fehlte. Und es wurde auch gezeigt, dass gerade für leistungsschwächere Schüler die Verbesserung durch Schach signifikant sind. Also dass das wirklich hilft. Und seitdem hat gerade Schulschach in Deutschland einen Riesenboom erlebt. Es gibt viele Schulen, wo das als AG angeboten wird. Aber nicht als Pflichtfach. Da gibt es auch einige Schulen mittlerweile. In Hamburg gibt es eine Riesenschule, die das sozusagen federführend betreibt, wo quasi jeder Lehrer im Schach geschult ist und das auch vertreten kann. Wir in Sachsen-Anhalt sind da noch nicht so weit. Also wir wollen auch Initiativen starten, um das voranzubringen. Aber das ist halt bei der Bürokratie immer nicht ganz so einfach. Wie lange wird das dauern? Also ich würde es ja begrüßen, dass die Kinder in der Schule als Pflichtfach haben. Ich glaube, das ist für seine eigene Entwicklung sehr gut, wenn man taktisch denkt, wenn man im Voraus denkt. Dass man in der anderen Gegner sich versetzen kann und sagen, wie würde er jetzt spielen und wie würde ich spielen, dass ich ihn denn doch schlagen kann sozusagen. Ja, sicher. Es gibt viele positive Aspekte. Also auch die soziale Kompetenz steigt. Weil wenn man Kindern Schach beibringt, merkt man sehr, dass sie dem Gegner helfen. Also wenn der eine nicht weiß, wie zum Beispiel der Springer zieht, weil das doch ein bisschen komplizierter ist, dann wird ihm das schnell mal vorgemacht oder es wird auch mal ein guter Tipp gegeben. Es passiert das Trösten, wenn man halt verloren hat. Man selber muss mit Niederlagen umgehen, aber dann kommt halt die nächste Partie und dann sieht man, dass das Leben auch immer weitergeht. Das ist halt doch eine richtige Schule fürs Leben. Trotzdem muss man ein bisschen aufpassen. Nicht jeder singt gerne, also nicht jeder malt gerne. Ich fände halt es gut, wenn man sich eben als Kind so entscheiden könnte. Gehe ich in die musikalische Richtung, gehe ich in die Schachrichtung. Aber man muss jetzt mal die Grundkenntnisse haben. Genau. Und das wäre jetzt in der Grundschule als Pflichtfach schon mal verkehrt. Aber man braucht natürlich geschulte Lehrer und alles ist also nicht so einfach. Also wir wollen mit dem Kultusministerium auch wieder in Kontakt treten, um das in die Wege zu leiten. Das hat bisher noch nicht so geklappt. Da wurde uns erzählt, warum es nicht geht, dass kein Geld da ist, dass keine Leute da sind. Und also das ist für uns ein langfristiges Projekt, dass wir das durchaus halt bekommen, weil viele Länder zeigen, dass es halt auch geht und dass es halt funktionieren kann. Also wir haben uns als Schachzwerge eben gegründet, auch im Zuge dieser Studie aus Trier. Haben jetzt eben schon viele Schulen, wo man das jetzt feiblich lernt. Wie lange gibt es denn für Reinschulen? Wir feiern dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Oh ja. Also am 2. Mai wurden wir gegründet, 2009. Also jetzt in den Tagen. Wir wollen das begehen, wahrscheinlich aber erst im zweiten Halbjahr mit einer relativ großen Party zum zehnjährigen Jubiläum. Wir wollen eine Schachoper aufführen. Da gibt es jemanden in Wien, der das sozusagen sehr gut und kindgerecht macht, sodass man wieder die Vernetzung hat zwischen Musik und Schach, weil die Kinder dann so ein bisschen an die Oper auch angeführt werden. Und er macht das wirklich kindgerecht. Nicht zu lange, dass sie Konzentration erhalten bleibt mit visueller Unterstützung. Da haben wir noch keinen festen Termin. Wir haben halt eins Auge gefasst, aber der stößt sich gerade mit einem anderen Termin, sodass wir überlegen, ob wir das bei der Überschneidung lassen oder ob wir das doch wieder auf einen anderen Termin setzen. Wie viele Kinder sind in dem Verein? Also wir haben nur Kinder. Wie viele? Wir haben sieben Gründungsmitglieder und rund 720 Kinder, die Schachspielen jetzt aktuell. 720. Das ist schon richtig viel. Ja, das ist eine Menge. Also damit werden wir demnächst größter Schachverein Deutschlands werden, wenn das jetzt so weiter wächst. Also der Hamburger Schachklub ist noch ein bisschen größer. Die haben aktuell, glaube ich, fünf Mitglieder mehr als wir. Oh ja. Aber die gibt es auch schon seit 1830. Diese Sendung verspreche ich Ihnen letztlich auf jeden Fall ändern. Und da können Sie nochmal den Rekord aufstellen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass eine sinnvolle Freizeitgestaltung ist und auch für seine eigene Entwicklung dort was getan wird. Ich war letztes Jahr im Florapark. Dort war, Sie machen immer so Kinder und Prominente, die gegeneinander spielen. Und am meisten gewinnen doch die Kinder auch nicht die Prominente. Passiert das dieses Jahr auch? Genau. Also das gibt es dieses Jahr wieder vom 17. bis zum 22.06. Das ist wieder die Schachwoche im Florapark mit verschiedenen Aktionen. Also der Wettkampf Schachzwerge gegen Prominenz wird auch wieder stattfinden, voraussichtlich am Dienstag, also am 18.06. Und Sie sind wieder herzlich eingeladen, die Herausforderung anzunehmen. Guckt mal, ob ich das einrichten kann. Die Kinder proben ein bisschen vorher. Wir haben den Städte-Wettkampf der Grundschulen am Vormittag. Da kommen aus Leipzig 30 Kinder ungefähr angefahren. Die treten dann gegen 30 Grundschüler aus Magdeburg an. Da zeigt man eben doch, dass Schach lebendig ist. Also das sozusagen nicht das Vorurteil ist, sitzen viele alte Männer irgendwo in einer Gaststätte, trinken Rotwein, rauchen und spielen dabei eine Runde Schach. Also das ist lange vergangen. Jetzt sind wir wirklich dabei, dass Kinder aktiv spielen. Dass man sieht, nach fünf Minuten kann so eine Partie schon vorbei sein. Also die wollen Action sehen. Sie denken natürlich nach, aber sie wollen auch, dass schnell was passiert. Und das kann man sehr gut in dem Einkaufszentrum halt an allen vorführen. Also jeder ist herzlich eingeladen. Man kann auch selber mitspielen. Wir werden ein Simultan haben, wo man unsere Großmeisterin Tatjana Mellermet herausfordern kann. Die ist gleichzeitig Landestrainerin. Vor zwei Jahren war auch Bennet Wiegert da und hat sich das mal angeguckt und war sehr beeindruckt davon, wie man denn gegen 30 Leute gleichzeitig Schach spielen kann. Und so wollen wir einfach die verschiedenen Facetten vom Schach ein bisschen näher bringen. Wir haben an Vormittagen die Grundschulen, die benachbarten. Dort mit den Kindern machen wir dann halt Schachlernen zum Angucken. Also wie vermitteln wir das, dass es auch kindgerecht ist. Also ist in aller Bandbreite was dabei. Wir haben auch ein Schnellschachturnier, wo auch unsere Großmeisterin immer mitspielt. Also wo wirklich die Elite aus Magdeburg dabei ist. Welche Rolle spielt Magdeburg deutschlandweit? Wie sind die Spieler aus Magdeburg? Ich weiß, dass auch einige Großmeister hier sind und von hier aus auch große Preise bekommen haben. Also wir haben, sagen wir, der prominenteste Schachspieler als Mann ist sicherlich Roman Slobortian. Er war 1995 Unionweltmeister, kommt aus Magdeburg, lebt hier. Dann haben wir natürlich zwei berühmte Frauen in der Schachszene. Das ist einmal unsere Landestrainerin Tatjana Mellermet. Sie ist jetzt gerade deutsche Frauenmeisterin geworden mit ihrer Mannschaft aus Bad Königshofen. Leider nicht aus Sachsen-Anhalt, weil da fehlt uns ein bisschen das Geld, um in der Bundesliga mitzuhalten. Also da werden ganz andere Summen aufgerufen. Aber man kann eben auch als Gastspieler dort aktiv sein. Da ist sie auch noch mit Maria Schöne, ist auch eine Magdeburgerin, deutsche Meisterin geworden. Und wir haben Fiona Sieber, die 2016 Europameisterin wurde in der Altersklasse U16. Die eigentlich gar nicht aus Magdeburg kommt, sondern extra nach Magdeburg gekommen ist, um Schach zu spielen, oder? Genau. Sie kommt aus Kassel, glaube ich. Aus Göttingen. Göttingen. Sie wohnt, ihre Eltern wohnen jetzt auch noch dort in Göttingen und sie ist jetzt vor einigen Jahren zu uns gewechselt, einfach wegen der guten Bedingungen, die wir jetzt in Magdeburg haben, was das Leistungstraining angeht. Mittlerweile gefällt es ihr so gut, dass sie seit diesem Semester hier, seit dem Wintersemester hier studiert. Physik, also auch nicht so allgegenwärtig für junge Frauen. Und sie bringt sich jetzt auch ein als Schachtrainerin, also sie gibt ihr Wissen gerne weiter an die Kinder. Und das ist eigentlich eine schöne Symbiose, wie Schach eigentlich funktionieren kann. Dass man Leute ranholt, dass die was von uns haben aus Magdeburger Sicht und dass sie auch was zurückgeben. Bevor wir im Juni im Florapark vielleicht nochmal erleben, Prominente gegen Kinder oder Kinder gegen Prominente, gibt es noch ein großes Event. Am 26. Mai gibt es hier die Deutsche Meisterschaften. Oder nennt sich das zum ersten Mal? Es nennt sich Meisterschaftsgipfel. Das ist eine Sammlung von deutschen Meisterschaften, die sonst immer einzeln ausgetragen wurden, einfach um so ein großes Schachfest zu machen. Also zum ersten Mal... Ein Schachfestival. Genau, so wie so ein Schachfestival. Zum ersten Mal stimmt nicht ganz. Früher war das Gang umgebe, allerdings ist das auch schon 80, 90 Jahre her. In Magdeburg? Nicht in Magdeburg. Aber ich meine zum ersten Mal in Magdeburg. Zum ersten Mal in Magdeburg haben wir dieses ganze, aber auch diesen Meisterschaftsgipfel gibt es zum ersten Mal seit 90 Jahren wieder. Oh ja. Also das erste Mal, dass die Meisterschaften alle wieder zusammengeführt werden. Vorher hatten die Frauen ihre einzelne Meisterschaft, die Männer. Dann gab es noch so ein Mastersturnier, wo die wirklich die stärksten Spieler Deutschlands antreten. Sozusagen so eine deutsche Meisterschaft plus. Das ist jetzt alles zusammen. Es startet am 26. Mai, geht bis zum 1. Juni. Dann gibt es eine große Siegerehrung, quasi eine Gala. Denn dort sind auch die deutschen Meister oder die Platzierten der deutschen Amateurmeisterschaft dabei. Die starten allerdings erst am Donnerstag, weil die nicht ganz so lange Partien spielen. Und so haben wir wirklich die Elite des deutschen Schachs hier. Und kann jedermann reinkommen? Jeder kann reinkommen, kann zugucken. Kostet Eintritt? Das weiß ich noch nicht. Das liegt jetzt auch nicht in unserem Ermessen. Das ist sozusagen die Sache des deutschen Schachbundes, der das jetzt ausrichtet. Wir werden das unterstützen. Wo wird das Stand? Es findet statt in der Festung Mark. In der Festung Mark? Ein sehr zentraler Ort. Ein sehr zentraler Ort und ich denke auch ein besonderer Ort. Es ist halt etwas, wo ein Schachturnier noch nie stattgefunden hat in so einer Festung. Die Meister, also die deutschen Meisterschaften und auch das Mastersturnier, also die besten Spieler, die spielen halt oben in dem Saal. Und die Amateurmeisterschaft findet halt richtig unten im Gewölbe statt. Toll. Wo sozusagen man zwischen den einzelnen Pfeilern und es sind am Ende, ich glaube so 400 Schachspieler sind da aktiv oder sogar noch ein paar Jahre. Aus ganz Deutschland. Aus ganz Deutschland, genau. Also für die deutsche Meisterschaft muss man sich qualifizieren. Da kommt nur aus jedem Land der Landesmeister weiter. Die größeren Landesverbände, so wie Bayern und Nordrhein-Westfalen, haben halt noch einen Bonusplatz, damit es ein bisschen fairer zugeht und man es nicht mit dem Saarlat zum Beispiel vergleicht. Aus Sachsen-Anhalt, denke ich, werden ein, zwei Leute mehr starten dürfen, weil es einfach hier ist, dass wir so eine Art Ausrichterplatz noch bekommen. Aber das ist eben noch in der Absprache mit dem Deutschen Schachbund. Aber ich denke, es wird eine gelungene Sache. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil die Elite des deutschen Schachs hatten wir hier noch nicht. Und auch die ganze Zusammenführung, dass Amateure mit Profispielern zusammen sind. Die Amateure können bei den Profis gucken. Die Siegerehrung, wo auch der Großmeister quasi für den Amateurmeister klatschen wird, mit einem kleinen Programm. Ich denke, es wird eine sehr schöne Sache. Und wahrscheinlich wird es auch 2020 wieder in Magdeburg stattfinden. Das wäre toll. Dann noch ein Stückchen größer, weil die Senioren sind diesmal noch nicht dabei. Die machen das noch separat in Radebeul bei Dresden. Und nächstes Jahr soll dann alles zusammen sein mit noch mehr Leuten, noch mehr Schach. Und dann haben wir Magdeburg als Schachstadt noch ein bisschen weiter etabliert. Also nicht Schachdorf-Ströberg, sondern Schachstadt-Ottostadt. Genau, die Otto-Schachstadt. Otto spielt Schach. Das ist doch ein sehr gutes Motto. Aber Otto schreibt auch gerne. Und ich begrüße ganz, ganz herzlich die neue Stadtschreiberin Nelle Heise. Wie wird man Stadtschreiber? Das ist was Besonderes, finde ich. Ist was Besonderes, ja. Ich habe mich einfach beworben. Darauf gebracht hat mich der Verlagsdirektor Roman Bliske von meinem mitteldeutschen Verlag, wo ich verlegt wurde. Weil ich ihm mein neues Manuskript zum Lesen gegeben habe. Dann sagt er, na, es ist ein bisschen schwierig jetzt einfach, wenn man noch nicht so bekannt ist, das zu finanzieren. Bewirb dich doch mal als Stadtschreiberin in Magdeburg. Und die suchen gerade. Und das habe ich getan. Muss allerdings wirklich ehrlich sagen, ich habe mir nicht so viel ausgerechnet, weil ich ja nun, es nennt sich auch als Stadtschreiber Stipendium. Und ich bin ja noch nicht mehr so die junge Generation. Ich glaube, das ist nicht altes. Es spielt dann keine Rolle, habe ich dann gemerkt. Als ich nämlich den Brief aus Magdeburg bekam, habe ich den gar nicht, ich habe ihn wirklich erst mal nicht geöffnet. Ich öffne nicht gar eine Amtspost. Und irgendwann musste ich mal Ordnung machen. Und dachte ich, naja, guck mal, wie sie es formuliert haben, die Absage. Und mache es auf. Und dann hieß es, die Jüre hat sich für mich entschieden. Und haben Sie geschrieben, Frau Glückter? Da habe ich mich ungeheuer gefreut. Weil es gab natürlich auch so ganz tolle Autoren vor mir, die schon Bachmann-Wettbewerb gewonnen und irgendwelche anderen. Es ist, wieso du jetzt? Naja. Man muss vielleicht sagen, Sie sind Striftstellerin vom Beruf aus? Nein, ich bin vom Beruf aus Schauspielerin. Ich habe Schauspiel studiert. Okay. Und habe den Beruf auch immer ausgeübt. Ich bin auch immer noch auf, ich spiele noch. Ich bin aber nicht mehr fest. Bis zum Schluss war ich am Deutschen Theaterfest. Und als das dann zu Ende ging, habe ich mich damit auch mehr beschäftigt, mit meinen eigenen Texten, die vorzulesen. Und dann gab es mal eine Schriftstellerin, die gesagt hat, kannst du mir das veröffentlichen? Ich sage, so einfach. Gut, Christoph Hein sagte immer, mach doch, such dir doch mal einen Verlag, der zu dir passt. Das sind alles sehr schöne Ratschläge, aber es ist sehr schwierig. Und Christina Seidel hat dann Texte von mir genommen, sie dem mitteldeutschen Verlag gegeben und mein erstes Roman ist dann dadurch veröffentlicht worden. Wie heißt das? Also ich konnte, der heißt Haltewunsch-Taste. Ah. Und dann ist es weitergegangen. Also ich habe es schon immer geschrieben. Für mich ist es eine Notwehr gewesen, weil ich als Stotterin... Ausdrucksmöglichkeit oder weitere Ausdrucke. Ich bin Stotterin und konnte nur so sprechen als Kind. Nicht immer in allen Situationen und nicht zu Hause. Hätten Sie wohl Schach gespielt, dann wäre das vielleicht auch... Ja, und habe mich nur im Sprechen, also nur im Schreiben und im Spielen fühlte ich mich frei. Und meine Mutter, also meine Mutter, die auch Schauspielerin war eigentlich, also bevor ich geboren wurde, Ich sagte immer, ich will mal Schauspielerin werden, die sagt, das wirst du. Hätte mich geglaubt. Und das hat geklappt, aber Schriftstellerin zu werden, hätte ich mir gar nicht... Aber war gar nicht auf dem Zettel. Erstens bin ich in der DDR groß geworden, dann hätte mir ja vielleicht auch jemand reingeredet, wie das, in welche Richtung das zu gehen hätte. Es war für mich ganz persönlich immer das Schreiben und das war für mich die, ich sage, die Verfertigung der Gedanken beim Schreiben und nicht beim Reden. Also ich brauchte das und habe ich immer einfach geschrieben und dann ist das auch meine Mutter vorgelesen oder auch keinem vorgelesen oder Freunden und dann bis es dann eben bis dahin gekommen ist. Was muss ein Stadtschreiber jetzt machen? Also, ich muss nicht dokumentieren, dass hier ein stein gelegt, ein Grundstein gelegt wird. Vielleicht müssen wir den Zuschauer erklären, Sie sind ein Jahr hier begrenzt sozusagen, Sie kriegen eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Das stimmt nicht alles, was Sie jetzt sagen. Leider nicht ein Jahr, fängt schon mal an. Hier ist es nur bis zum 30. September. Okay. Was ist also wirklich eine kurze Zeit. Also ein halbes Jahr. Ja, aber so konzentriert. Kompliniert. Die Stadt hat ja so viele Möglichkeiten, wie ich jetzt entdecke, immer mehr entdecke jeden Tag. Weil ich sage immer am Anfang, wie gesagt, es ist eben nicht Heidelberg, es ist nicht fertig, es ist kein Schmuckkästchen, wo man nicht mehr dazwischen kommt. Sondern es ist eine Stadt, wirklich eine Stadt im Aufbruch, wo so viel passiert, wo so viel Reiz, also mich reizend, das, wo ich dazwischen komme, mit meiner Fantasie und mit meiner Hoffnung. Ja, also das ist leider nur bis zum 30. September begrenzt. Ja, vielleicht ist es gut. Gut und schlecht, ich weiß es nicht. Aber Sie kriegen eine Wohnung gestellt, mit einer fantastischen Aussicht, wenn ich richtig weiß. Eine fantastische, eine fantastische. Ja, wo wohnen Sie denn? In der Otto-von-Würdigke-Straße? Ja, in einem dieser wunderbaren 50er-Jahre-Bauten, ganz oben, mit Blick auf Magdeburg. Und das ist alles wirklich schön. Also der Sonnenuntergang ist dort fantastisch. Ja, ich habe auch Sonnenaufgang, alles. Ich kann auch so rund gehen und so. Und ich brauche die Weite sowieso immer, um zu denken und jetzt zu schreiben. Wenn ich richtig weiß, Sie haben schon eine lange Verbindung mit Magdeburg. Als Sie ganz klein waren, Ihre Großeltern waren mal kurzweilig hier in Magdeburg stationiert. Magdeburg ist sehr positiv besetzt in der Familiengeschichte, in der Väterlichen, weil meine Großmutter musste mit ihren Kindern, mein Großvater war noch in Gefangenschaft, und meine Großmutter aus Schlesien kommend ist geflüchtet nach Magdeburg. Und da gibt es aber auch eine, also erzählte mir meine Tante, meine Großmutter ist schon lange tot, da habe ich gar nicht mehr so bewusste Erinnerungen an sie. Meine Tante sagte, sie hat das alles managen müssen, mit damals zwölf, dreizehn Jahren, weil meine Großmutter setzte sich hin und war so depressiv, konnte das nicht, und sagte dann, na ja, wenn die uns in Magdeburg nicht aufnehmen, ich weiß ja, wo die Elbe ist. Und da hat meine Tante dann gesagt, bis heute hat sie ein schlechtes Gewissen, weil sie so dachte, sie dachte dann, na Gott sei Dank kann ich ja schwimmen. Es kam nicht zu dieser nicht guten Lösung oder zu diesem Ansinnen. Sie wurden aufgenommen. Und das ist das Positive. Also ich bin auch froh, wenn ich was zurückgeben kann in der Zeit. Mein Vater hat hier Schauspiel studiert. Es gab mal eine kurze Zeit in der Schauspielschule hier. Und mit Eckhardt Schall zusammen, die Tochter, wir sind befreundet. Das ist alles so, es schließt sich ein Kreis. Ich weiß, dass ihr Sohn auch und ihr Mann auch hier zeitweise... Mein Mann hat hier inszeniert zu Wellemeyers Zeiten, meinen Sohn Dünnbüller gemacht. Und da gibt es auch eine ganz schöne Geschichte. Damals, das ist also zwölf Jahre her, meine Enkelin, die damals vier war, die lebte in Leipzig und bekam wahrscheinlich immer von ihrer Mutter gesagt, der Papa ist nicht da, der ist in Magdeburg, Magdeburg. Und dann ging sie mit mir, dann hier vor mir in Magdeburg und sagte, mit ihren vier Jahren, endlich bin ich mal in Magdeburg. Ich wollte mein ganzes Leben immer schon nach Magdeburg. Sie auch, Sie sind jetzt in Magdeburg. Also das, jedenfalls, das kursierte dann auch seitdem, immer, wenn wir Magdeburg hörten, endlich bin ich mal in Magdeburg, kursierte das von meiner Enkelin, was sie damals gesagt haben. Sie haben jetzt ganz viele Eindrücke über Magdeburg in den letzten Wochen sammeln können. Wie ist das Magdeburg? Ist es noch dieselbe Stadt, die Sie vor 15 Jahren gesehen haben? Nein, schon mal auf dem Weg wieder hierher. Für mich war immer Magdeburg die zerstörte Stadt, die im Osten mit Plattenbauten zugebaute Stadt. Stimmt ja nicht. Plötzlich ein 100-Wasser-Haus, ganz modern. Ja, das natürlich. Das gab es aber auch schon vor zwölf Jahren. Aber ich entdecke jetzt natürlich auch wunderschöne, alte Architektur. Und ich... Man hat auch die Zeit, das zu entdecken, ne? Ja, natürlich. Es kommt auch... Man will. Ich bin überhaupt auf Magdeburg gekommen, weil... Also dazu, so verrückt... Ich schrieb also an meinem Buch, an dem ich hier weiterschreibe, was ich auch noch hoffe zu beenden, Zerbrechliche Welten. Und der Hauptakteur, der Protagonist, der sagte plötzlich, ja, und nächste Woche muss ich nach Magdeburg. Dachte ich, was, ich muss dann nach Magdeburg? Da habe ich mir ein Ticket gekauft, letzten Januar und bin einen Nachmittag nach Magdeburg gefahren, um zu sehen, was macht das, wenn man in dieser Situation, die ich meinem Protagonisten zugeschrieben habe, der ist in einer angespannten, emotionalen Situation, der kämpft um seine Frau, er kämpft um seine Beziehung mit, er ist Schriftsteller, aber ein mäßig erfolgreicher Schriftsteller, der mit Geschichten versucht, seine Frau wiederzugewinnen. Und gerade da ist es, es sieht sehr, sehr schlecht um diese Beziehung aus und in der Zeit fährt er nach Magdeburg, weil er doch eine Lesung hat, habe ich so gedacht. Und dann bin ich halt durch Magdeburg gegangen, habe gedacht, was ist das, wenn es dir jetzt ganz schlecht geht, weil du unglücklich bist, wie macht das, was macht diese Stadt mit dir, worauf, was kommt dann? Und dann bin ich in den Dom gegangen, hatte das Glück, obwohl es schon nach 16 Uhr war, mich der Kantor, also ganz lieb, ich muss euch nochmal bedanken, habe mich trotzdem reingelassen, dass ich nochmal in den Kreuzgang gehen konnte. Da waren Sie ganz allein im Dom, das ist schon mal ein Privileg für sich. Und dann habe ich diesen Jesus von Weber, dieser Jesus, der da auf dich, der so aussieht, also aber von seinem Kreuz weg, will, gesehen, und jetzt habe ich alles auf mich einwirken, denn dann bin ich zur Elbe, weil der Fluss, Flüsse, Fluss an sich, auch eine große Rolle in meinem Roman spielt, bin dahin gegangen, wie ist es, wo könnte er sitzen, was macht es mit ihm? So, und da habe ich einen kleinen Ausschnitt mit mich beworben, und dadurch hat es wahrscheinlich auch geklappt. Also Magdeburg hat mir geholfen. Und wie geht es weiter mit dem Buch? Ich hoffe, es wird zu Ende, es wird hier fertig, es wird so sein, dass es gefällt, und es wird dann zur Veröffentlichung kommen. Ja, toll. Vielleicht wird der Protagonist vielleicht auch eine Runde Schach spielen. Das ist jetzt nochmal eine neue Idee, was Sie eigentlich einbringen können. Ich finde das so toll. Ich sagte immer, immer, gerade jetzt in der letzten Zeit, immer wieder zu meinem Mann gesagt, ich fände das ein ganz wichtiges Schulfach. Ich fände das so, ich hätte es gerne gehabt als Kind. Und also lieber als Mathematik. Also gerade, ich finde, das hat solche Möglichkeiten, und ich finde es auch ganz erotisch einfach, wenn Leute denken können, finde ich es ein erotisches Fach. Obwohl es ja logisch ist. Ja, gerade. Sehr geradeaus. Ja, aber wenn man einfach strategisch denken und daran Spaß, also nicht, um einen jemanden fertig zu machen, sondern Spaß dran zu haben. Ich glaube, Sie lernen jetzt was Neues. Es ist auch viel Kreativität. Ja, genau. Eben, das meine ich. Die Kinder sind sehr kreativ, wie sie sozusagen rangehen wollen. Da sieht man wirklich das Schach, nicht nur gradlinig, logisch und was auch immer. Man muss Ideen haben, wie kann ich jetzt dem Gegner sozusagen ein paar Figuren wegnehmen, dass er es möglich nicht mitbekommt. Und das zeigen also auch die Studien, dass Kreativität mitgefördert wird. Und auch gerade die Kinder sind ja in Deutsch deutlich besser, weil das Leseverständnis deutlich steigt, weil die Kinder einfach konzentrierter sind. Das ist also ein Unterschied, ob vorne der Lehrer steht und sagt, jetzt konzentrier dich mal, nun rechne das mal ordentlich aus. Oder sie spielen halt und merken, wenn sie sich konzentrieren, haben sie mehr Figuren. Wenn sie sich weniger konzentrieren, haben sie weniger. Na ja, mehr macht halt mehr Spaß. Und da kommt es von ganz allein und die Konzentration steigt und es ist halt vielfältig. Ja, leider ist das in Deutschland nicht so einfach, einfach mal so ein neues Schulfach einzuführen. Da gibt es viele Regeln und wir werden mal sehen, ob wir das irgendwie, das dicke Brett gebohrt bekommen. Ich habe eine Freundin in Rostock, die hat zwei Zwillinge, Jungs, und die spielen auch Schach. Schon mit vier Jahren angefangen, der eine vor allem besonnen. Und der hat mit seinem an Demenz erkrankten Großvater gelernt und gespielt. Und der ist auch ganz toll, der Großvater, immer noch im Schach spielen. Dass das eben wirklich auch gegen Demenz, sagten sie vorhin, das ist doch eine so spielerische Möglichkeit, und toll, auch generationenübergreifend, dass die miteinander, das ist doch immer das Schöne. Das ist jetzt auch das Schöne, dass ich dieses Stadtstreiberstipendium habe, finde ich auch so als mutwachend für Leute, die eben sich im letzten Drittel ihres Lebens befinden, dass man da nochmal loslegen kann. Dass es weitergeht, dass es nicht aufhört. Und dafür ist Magdeburg für neue Möglichkeiten da. Ja. 100 Jahre Bauhaus, spielt das für Sie eine Rolle, wenn Sie mit offenen Augen durch die Stadt gehen und sehen, wie vor 100 Jahren Häuser gebaut worden sind, wie sie jetzt aussehen. Wir sind in einer 100. Wir sind in einem, ich sehe es hier, habe es hier ja schon gesehen. Genau, wir sind hier in einem Bauhaus. Auch noch mit den schönen alten Materialien. Ja. Was ist das für Sie? Na, für mich ist es sowieso, ich komme aus Weimar, also ich bin in Weimar, ich bin zwar in Meining geboren, aber dann nur dadurch, dass ich ein bisschen zu früh gekommen bin. Ich bin in Weimar aufgewachsen. Also meine Heimatschut ist Weimar. Und da bin ich ja praktisch mit dem Bauhaus mit groß geworden. Ja, auch befreundet mit dem Professor Kehler, der die Bauhauswiege erfunden hat oder gestaltet hat und so. Und dann habe ich mehrere, also leider nur zwei, aber immerhin zwei sehr intensive Jahre in Tel Aviv verbracht, weil ich da Theater spielen durfte. Auch Deutsch? Ja, ich habe eine Deutsche gespielt, die kein Hebräisch kann. Und das kann ich super. Da war ich sehr genau drin. Und da ist ja auch das Bauhaus, da habe ich mich, glaube ich, am meisten mit auch auseinandergesetzt und befreundet auch mit. Wie geht es jetzt weiter? Bis September haben Sie ein volles Programm. Wie muss man sich vorstellen, einen Tagesablauf von Ihnen? Schreiben Sie die ganze Zeit? Gehen Sie raus? Also sehr früh im Morgen, ja, ich hole auch so Input, muss man aufpassen, dass es nicht zu viel wird, dass es zu sehr ablenkt. Sonsten gleich vom Morgens anfangen zu schreiben. Und es kommen eben auch andere Geschichten. Es ist nicht nur, ich bin nicht nur an meinem Roman, das war ja das Weiße. Da kommt plötzlich was auf mich zu. Ich möchte auch, es interessiert mich einfach diese Fluchtgeschichte meiner Tante. Da was von noch, habe ich auch schon angefangen. Es kommt, also es kommt noch einiges. Und ich bin ja immer, ich bin immer, lass mich von mir selber sehr überraschen. Ich habe das Glück, dass ich mit mir befreundet bin. Sehr schön. Und dass ich, ich lasse mich überraschen, das ist spannend, was da noch kommt und was da auch schon bis jetzt gekommen ist. Ob dann alle was mit anfangen können, ist eine andere Sache. Ich schreibe erst mal für mich. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Buch. Also wir werden bestimmt lesen und vielleicht kommen Sie noch mal wieder. Aber es ist schon übrigens gleich am Anfang meiner Stadtschreiberzeit, ist hier ein Buch veröffentlicht worden, auf die Welt gekommen. Das heißt, doppelt verdientes Glück. Und das ist auch ein Trostbuch. Also wer das sich anschafft und wer gerne auch was Tröstliches hat, das ist auch so ein bisschen so ein Aufblick, also Draufblick auf so Lebenswege, die vielleicht erst mal ganz furchtbar waren, auch Schrecken hatten, aber es ist alles zum Schluss gut ausgegangen. Wie dieses meine Tante und meine Großmutter hierher kamen, es ist gut ausgegangen. Sie hatten drei schreckliche Wochen sicherlich der Flucht im Februar 1945. Und es ist geklappt. Sie sind gut nach Magdeburg gekommen und diese Stadt ist ganz, ganz positiv besetzt. Waren Sie schon mal in einem neuen Dommuseum, Otonianum? Ja, natürlich. Ja, klar. Wie gefällt es Ihnen? Alles. Es gefällt mir. Wie lässt sich jetzt ganz schwer in Eimer. Es ist ganz neu. Es ist das letzte Museum der Welt, kann man so sagen. Ich bin auch in allen Museen hier immer wieder. Ich darf da auch Gott sei Dank so rein. Ich lasse mich inspirieren. und ich habe auch mir ein Kunstwerk auszuwählen, über das ich dann spreche. Da bin ich noch dran. Vielleicht bin ich schon dran. Ich dachte, vielleicht nehme ich mal eins auch, wo ich gar keinen so guten Zugang habe, wo ich sehr viele Fragen habe und dann mal sehen, zum Schluss gefällt es mir oder gefällt es mir immer noch nicht. Und dann rede ich darüber. Es ist einfach spannend. Ja, leider ist die Zeit schon verflogen. Wir sind schon am Ende unserer Sendung. Ich habe für Sie eine exklusive Dommuseum-Medaille von Otonianum, die nur dort zu haben ist. Als kleine Erinnerung und Dankeschön, dass Sie hier waren, auch für den Schachgeschäftsführer. Und natürlich, falls Sie Zeit haben, zu kochen in Ihrer Wohnung, Wir haben hier mit dem offenen Kanal zusammen eine Kochsendung mit Prominente hier und dies mittlerweile Kult. Einige Anregungen für Sie und auch für Sie. Nicht vergessen, meine Damen und Herren, am 26. Mai bis zum 1. Juni gibt es die Weltelite, die deutsche Elite des Schach, gibt es hier in Magdeburg zu erleben. Verpassen Sie nicht die Chance. In der Festung Magd gibt es ganz viel Spannendes zu sehen, zu erleben. Und wir haben vielleicht auch ein Buch über Magdeburg oder mit Magdeburger Bezüge von Frau Heiser. Und ich freue mich, wenn das Buch fertig ist, zu lesen. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sehen uns wieder im Otto-20-Mail. Vielleicht wieder hier oder in unserem Zuhause in Katharinturm. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Tschüss, auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020